METTAL LEUDE Ich weiß, dass ein paar Arschlöcher da draußen meinen ich sei das letzte Arschloch und der letzte Kasper und Dreckssack und was weiß ich alles Ich hab heute einen Aufruf an euch, kleinen miesen Drecksschweine Irgendeiner, ich weiß es nicht wer, es ist mir auch scheißegal Ich weiß nicht wer es war, irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint Pass auf, ich weiß wo du wohnst Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir Als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an Ich prügel die Scheiße aus euch raus Wenn jemand meint, der kann meine Familie beleidigen oder irgendwie meint jemanden fertig zu machen der nichts damit zu tun hat mit dieser Scheiße dann soll er herkommen ich schlage ihm so die ich schmeiß ihm so die Prügel raus dass der nie wieder aufsteht Ich hab keine Angst von euch kleinen Pissern und wenn jemand meint, angsthaft meint dass ich nichts kann, nur weil ich dick bin und weil ich vielleicht der Kasperler bin für euch Ich sag euch was Mettler sind wesentlich stärker als billige ihr kleine Kack-Nazis Traut euch, kommt zu mir und macht mich fertig wenn ihr meint, aber lasst andere Leute da raus das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab und wenn einer meint meine Schwester anzugreifen oder meine Familie oder Freunde oder generell irgendjemanden und ich bin in der Nähe ich prügel die Scheiße so aus ihm raus, dass er nie wieder aufsteht und ich schwör euch ihr habt keine Chance, traut euch, kommt zu mir Ich spür euch an, weil du hast es leins ja alles gut ihr habt ihr Apf x2 Vielen Dank.